Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es freut mich, dass du das eingeschaltet hast zur neuen Sendung Heimformell. Heute möchte ich dir ein ganz kurzes Update-Video geben über die aktuellen Geschehnisse. Und zwar gibt es wieder sehr viele positive News, die hier zu vermelden sind. Ich hatte gestern einen Call mit Fritz und zusammen auch mit Antonius, der auch noch im Hintergrund zu hören war. Und haben zusammen noch ein paar Punkte besprochen, wie so die ganze Expansion verläuft. Und was soll man sagen, insgesamt läuft das sehr gut. Also sie sind sehr zuversichtlich, dass es auch in den anderen Großstädten dann sehr gut funktionieren wird. Sie haben ja so eine gewisse Pionierarbeit geleistet und haben jetzt so einen Golden Lock, wo sie dann nutzen können, um das immer wieder in anderen Großstädten so aufzuziehen, damit sie in den Großstädten sehr viele Displays aufbauen können. Und eben der Grundstand dafür wird jetzt gelegt. Also Köln ist jetzt offiziell live und sie haben das auch Gebühren gefeiert, indem sie ein Frühstück gemacht haben zusammen mit kölschen Spezialitäten. Und ich finde es auch sehr wichtig, das als Team zusammen zu feiern, auch diese Meilensteine zu feiern, weil sie haben in den letzten Wochen und Monaten noch sehr hart gearbeitet. Und ich glaube eben, dass jetzt bei Köln auch wieder so ein Grundstein gelegen worden ist für die Angrostädten. Das wird dann noch flüssiger laufen, das Ganze, und man kann dann noch schneller skalieren. Und umso mehr Mitarbeiter sich um diese Display-In-Betrieb-Namen engagieren werden, umso schneller wird dann auch Hai hier erfolgreich sein. Das war das eine. Das andere ist natürlich bezüglich den Umsatzzahlen. Hier hat Fritz mir zugesichert, dass Hai auf einem sehr guten Weg ist. Also man kann hier fast schon ähnliche Umsatzsteigerungen vom Q3 ins Q4, also wie ins Q1 dann sich vorstellen. Also sprich, hier laut aktuellen Zahlen könnte dann am Ende des Quartals über eine Million Umsatz generiert worden sein, was natürlich jetzt auch natürlich sehr vom März abhängt. Aber ich denke mal, jetzt diese Aufbruchstimmung auch mit dem Ende der Pandemie hinsichtlich der warmen Sommermonate ist natürlich auch hier ein gewisser Aufschwung zu spüren. Die Firmen investieren wieder mehr Marketingbudget, damit hier auch Hai davon profitieren können. Und das ist doch insgesamt sehr positiv. Hamburg läuft auch sehr gut. Die Akquise, Standortakquise läuft auch sehr gut. Und auch hier wird es dann bald zum Rollout kommen. Und da werden es ja schon drei große deutsche Großstädte sein. Und Frankfurt und München sind ja dann auch geplant. Also hier sehr viele spannende News, die kommen werden. Es wird dann auch noch zwei, drei spannende News kommen, die ich hier nicht verkünden darf, weil sie ja noch nicht ganz offiziell sind oder eben unterschrieben worden sind. Aber ihr könnt euch auch sehr viel freuen. Ich werde es dann auch bekannt geben, sobald mir Fritz das okay gibt, sobald alles in trockenen Tüchern ist. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass hier Hai den richtigen Weg hier gefunden hat. Und bisher hat mich 2021 sehr überzeugt, also innerhalb von eineinhalb Monaten haben sie jetzt hier sehr viel auf die Beine gestellt. Und ich bin auch sehr zufrieden mit dem Ganzen. Und lasse uns natürlich gerne überraschen, wie das weiter verläuft. Eben, falls du noch Punkte hast, sehr gerne unter dem Video schreiben. Dann würde ich gerne darauf eingehen. Freut mich sehr, dass du die ganzen Videos anschaust. Und freue mich auch sehr für die ganzen Kommentare aus dem letzten Video. Es freut mich sehr, dass ihr eben dieses Videoformat geschätzt habt. Ich werde auch manchmal immer wieder so live gehen, weil es für mich die angenehmste Variante ist. Ich habe da nicht so viel Vorbereitungszeit. Und danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Genau. Mit dem wünsche ich dir einen schönen Abend. Die Sonne scheint, wie ihr seht hinter mir. Ich werde jetzt auch gleich Feierabend machen und die Sonne genießen. Und freue mich dann, wenn du im nächsten Video wieder einschaltest. Mit dem bleib gesund und bis bald. Ciao.